Das folgende Gedicht stammt zwar von Rilke, könnte aber, finde ich, genauso gut von Baudelaire geschrieben sein. Liebes Lied, so der Titel. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied! Nachdem ich Ihnen schon ein wenig über Rilkes Werdegang erzählt habe, möchte ich die nächsten Minuten dazu nutzen, Ihnen Gedichte des reifen, erfolgreichen, berühmten Rainer Maria Rilke vorzutragen. Die meisten dieser Gedichte sind in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entstanden. Herbsttag Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiehl, den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Das nächste Gedicht ist auch ein berühmtes Herbstgedicht von Rilke, diesmal über den Spätherbst in Venedig, einer Stadt, in der sich Rilke wohlfühlte und die er immer wieder aufsuchte. Nun treibt die Stadt schon nicht mehr wie ein Köder, der alle aufgetauchten Tage fängt. Die gläsernen Paläste klingen spröder an deinen Blick und aus dem Garten hängt der Sommer wie ein Haufen Marionetten, kopfüber, müde, umgebracht. Aber vom Grund aus alten Waldskeletten steigt Willen auf, als sollte über Nacht der General des Meeres die Galären verdoppeln in dem wachen Arsenal, um schon die nächste Morgenluft zu teeren mit einer Flotte, welche ruderschlagend sich drängt und jäh mit allen Flaggen tagend den großen Wind hat, strahlend und fatal. Rilke lebte auch in Städten, aber er liebte das Land, die Ruhe, das Leise, den weiten Blick, die Natur. Deshalb schrieb er, die Städte aber wollen nur das ihre und reißen alles mit in ihren Lauf. Wie hohles Holz zerbrechen sie die Tiere und brauchen viele Völker brennend auf. Und wir, die Menschen, dienen in Kulturen und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß und nennen Fortschritt unsere Schneckenspuren und fahren rascher, wo wir langsam fuhren und fühlen uns und funkeln wie die Huren und lärmen lauter mit Metall und Glas. Es ist, als ob ein Trug uns täglich äffte. Wir können gar nicht mehr wir selber sein. Das Geld wächst an, hat alle unsere Kräfte und ist wie Ostwind groß. Und wir sind klein und ausgehöhlt und warten, dass der Wein und alles Gift der Tier- und Menschensäfte uns reize zu vergänglichem Geschäfte. Diese für uns alle mehr als betrübliche Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens soll in ihrer tiefen Verzweiflung auch über die Ausweglosigkeit der Lage am Beginn des 20. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der Völkermorde, der Revolutionen und Weltkriege nicht am Ende stehen. Deshalb noch ein anderes Gedicht vom Anfang dieses Jahrhunderts, das Karussell. Im Jardin du Luxembourg hat es Rainer Maria Rilke gesehen und wenn Sie schon einmal in Frankreich waren, wissen Sie, dass es solche Karussells auch heute noch in fast jeder französischen Stadt gibt. Das Karussell Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden. Alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Minen. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, die weil der Löwe Zähne zeigt und Zunge und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwo hin, herüber und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel, ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil und manches Mal ein Lächeln hergewendet, ein Seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blindes Spiel. Nun fehlt uns nur noch der prophetische Seher Rilke seiner letzten Lebensjahre. Er ist ja schon mit 51 Jahren an Leukämie gestorben. Der Rilke, der Sonette an Orpheus und der Duineser Elegien. Doch bevor ich ihn daraus vortrage, mache ich noch ein Schlenker zu Stefan George und dem von ihm umworbenen Hugo von Hoffmannsthal. Falls Sie was auf dem Herzen haben oder auch sich ganz einfach mal bei mir melden wollen, so wie ich mich mit diesen Sendungen bei Ihnen melde, tun Sie es. Es gibt nichts Gutes, außer Mann und Frau tut es, wie Erich Kästner sagte. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Görner Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.